So, das hat auf jeden Fall funktioniert, dann können wir jetzt... Ach, dann haben wir ja doch schon den richtigen Ansatz gehabt, nur die falsche Umsetzung. Und dann kommen wir noch tiefer rein ins Black Mesa-Firmengebäude, wo der feiste Chef mit seinem schniegneuen Wagen hockt. Oh, ist mir aus Versehen was rausgerutscht. Tja, hier ist nix. Dann wollen wir mal overriden und der Gordon geht ab. Schnarch. Der Gordon geht ab. Schnarch. Warte, wie lange dauert denn das? Achso. Speichern. Ab geht der Gordon und der Gordon geht ab. Ab geht der Gordon und der Gordon geht ab. Ab geht der Gordon und der Gordon geht ab. Der Gordon geht irgendwie down die ganze Zeit. Und ich frage mich, wohin wir herkommen. Ach, ein Ladebiet, zirrm, natürlich. Das war ja so überhaupt nicht zu erwarten. Ich tu mal überrascht. Huch. War auf jeden Fall sehr überzeugend. Und ab geht der Gordon und der Gordon geht ab. Ab geht der Gordon und der Gordon geht ab. Ab geht der Gordon, der Gordon geht ab. Aua! Hat er voll auf die... Toll, da komme ich endlich weiter und dann das. Das ist ein bisschen frustrierend. Vor allem, was soll ich denn machen? Soll ich denn rennen? Ich komme da gar nicht weiter. Hilfe! Ich komme nicht durch. Hilfe! Ah, super. Ich dachte, da komme ich wieder hoch. Lieber mal speichern. Ach was. Ich hoffe, du hast einen Backup-Plan bekommen, Dexter, denn wir werden es brauchen. Wie? Backup-Plan? Was soll das? Ich bin gerade erst angekommen. Ich hätte gerne Muni und Ausrüstung und Urlaub. Wäre auch mal wieder nötig. Huch! Seit wann drehe ich mich mit der Tür? So, schöne Scheiße. Ich fürchte, wir werden flitzen müssen gleich. Ich habe das Gefühl... Alter! Alter! Geht's dir gut? Alter, geht's dir gut? Richte die Waffe nicht auf mich, Kollege. Wir sind doch Homies. Ah! Na, wenigstens... Ich habe null idea, was going on. Ich habe gerade überlegt, ob ich mir noch die Gesundheit... Alter! Das ist schon wieder das komische Viech hier! Puh! Hat mich gestern schon wieder in der Minecraft-Aufnahme so abgefriemelt. So, okay. Was? Was? Alter, what the fuck ist das denn bitte? Scheiße! Das war jetzt auch nicht so schlau. Naja, sorry, Alter. Das wusste ich nicht. Na, geil! Na, das kann ja heiter werden. Ah! So, ich gucke jetzt mal überall rum, ob wir Munition kriegen. Wir werden alles brauchen, was wir kriegen können, glaube ich. Und ich weiß immer noch nicht mal, ob wir richtig sind. So, ich lasse sie sich mal selbst sprengen. Ich warte einfach. So, Massensuizid erfolgreich. So, gefällt mir das. Okay, das muss wesentlich erfolgreicher werden, wenn das funktionieren soll. Wir hätten hier die Munitionskisten, äh, die Sprengstoffkisten hochjagen können. Hab ich nicht gemacht. Ich muss da echt mal nur ein Auge für den Wickeln, wenn da Sprengstoffkisten rumstehen. Ich guck da mal geübt dran vorbei. Ah, job sei Dank. Das hier ist doch auch gefährlich, oder? Ne, pass mal auf. Da hab ich grad was gesehen. Ne, kann ich nicht aufheben? Kann ich nicht aufheben. Speichern und dann gucken wir mal, ob wir da hochkommen. Huiiii! Ah, super. Wat mach ich? Probier ich doch mal die? Hä? Scheiße. So, das war's mit denen. Ich glaub, ich muss noch schnell genug laufen. Ach, guck mal, hier sind wieder so Betäubungs-Muni-Dinger. Huaaah. Na, Alter, wie sieht's aus? Hm? Drecksack. Falsche Seite hast du ja ausgesucht, mein Freund. So, hier geht's zum Glück ja auch nicht weiter. Na, super. Das hat's ja vollgebracht jetzt. Alter, nicht... Alter! Scheiße. Ne, pass auf, das lad ich nochmal. Das läuft hier irgendwie voll ungünstig gerade. Ich hab das Gefühl, ich komm auch viel zu langsam voran. Wieso komm ich denn nicht durch die Türen? Wo soll ich denn sonst weiter? Da hinten geht's nicht. Und vor allem, wie komm ich hier sonst wieder runter, ohne mir wehzutun großartig? Ich glaube gar nicht. Alter, lass das doch mal. So, hilft ja nix. Da geht's nicht weiter. Hier geht's nicht weiter. Da hinten geht's nicht weiter. Da oben geht's nicht weiter. Geht's da weiter. Da geht es auch nicht weiter, da hinten geht es auch nicht weiter. Ob es da weiter geht? Ich glaube zwar nicht, aber... Probieren wir es doch mal. Ich würde sagen, da geht es nicht weiter. Okay. Hier haben wir schon alles abgefrühstückt, dann jetzt zurück. Da geht es auch nicht rein, da geht es auch nicht rein. Da geht es auch nicht rein! Wieso treffen die eigentlich immer? Alter, die treffen immer! Speichern. Hier sieht es nicht gut aus. Lambda-Komplex. Ich würde sogar sagen, es sieht hier relativ beschissen aus. Da unten wollen wir nicht rein, ne? Ne. Gibt es bestimmt ein super Easter Egg und ganz tolle Sachen, aber... Ah, tolle Wurst. Was passiert? Wo ist denn die Selbstschussanlage? Wo ist die Selbstschussanlage? Na komm, kleiner Mann! Da ist sie! Scheiße! Ich muss die kleinen... ...Gesichtskröten erstmal hierher kommen lassen. Na komm schon! Na komm schon! So... Hm. Das war jetzt nicht so schlau. Na super! Oder irgend so ne scheiß China-Qualität! Okay, East-East! Wo müssen wir hin? Nach East wollen wir nicht. Nach West könnten wir. Da gehen zwei Bretter rüber. Das heißt, da werden wir versuchen rüber zu spazieren und drunter durchzukraucheln. Natürlich! Na du kleiner Krabbelmann! Willst du meine Mütze sein? Und der steht doch bestimmt gleich wieder auf. Der steht doch gleich wieder auf! Der steht doch gleich wieder auf! Das seh ich doch! Okay, hier gibt es sonst gar nichts? Nee. Und hier gibt es wahrscheinlich noch gleich irgend so einen scheiß Fisch oder sowas. Natürlich! Das war ja so klar! Wo ist sie? Alter! Alter! Wat ne Flunder! Ist bestimmt ein Cola-Fisch! Ein Cola-Hecht! Alter, ich drücke auf E und der lässt einfach die Leiter nicht los. Das gibt's gar nicht. Ich drücke auf Space und der lässt die Leiter nicht los. Der Freeman hat da irgendwie so eine ganz große Affinität zu Leitern glaube ich. kürzeln! Oh je! Der ist vielleicht gleich wieder weg! Aber wo kommt man denn da hin? Okay, das sieht schon mal sehr gut aus. Ach du Scheiße Was? Alter, ich bin nur dagegen geschwommen, du Arsch Ach du Scheiße So, am Dampf müssen wir irgendwie vorbei Na alter, was machst du da? Alter, lass die Leiter los Was soll ich mit dem Scheißbein? Alter, da klebt mir ein Bein am Bauchnabel Mach das weg Und da soll ich jetzt durch? Was? Ach du Scheiße